monatlich in gold sparen ist das sinnvoll es spricht eigentlich wenig dagegen es gibt allerdings einige wichtige punkte zu beachten damit die ganze geschichte nicht nach hinten los geht bevor das video gleich startet zwei wichtige hinweise zum einen ihr seht es ich befinde mich hier im urlaub das video ist also vor produziert genau wie das nächste ein video kommt dann aus dem urlaub aber ansonsten wird sich meine familie natürlich herzlich bedanken würde sich vielmehr bedanken wenn ich nun den urlaub hier vor der kamera verbringen würde habt dafür bitte verständnis und zum anderen im letzten video in dem ich in anführungszeichen klartext gesprochen habe zu diesem video gab es zahlreiche kommentare sehr viele positive worüber ich mich natürlich gefreut habe sollten dort fragen entstanden sein oder auch zu diesem video fragen entstehen oder zu den beiden videos in der nächsten woche dann werde ich auf diese fragen sehr gerne eingehen wenn ich wieder in heimischen gefilden bin bis dahin genieße ich noch die berge und ihr jetzt hoffentlich das folgende video los geht's ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe es geht euch gut wir sprechen über den goldsparplan die idee dahinter ist relativ simpel monatlich oder auch in einem anderen intervall wird gold gekauft bestenfalls physisches gold oder ein etf oder eine andere anlage die mir die auslieferung von physischen gold zusichert wobei das noch ein unterschied ist also wenn wir über einen goldsparplan sprechen dann wollen wir eigentlich physisches gold welches wir uns jederzeit ausliefern lassen können gehen wir gleich noch näher drauf ein ich habe viele angebote in den letzten monaten gesehen in den letzten monaten und jahren im prinzip seit die finanzkrise im jahr 2007 und 2008 uns voll erwischt hat da ist natürlich der hang zu mehr sicherheit und auch der drang zu mehr sicherheit nachvollziehbarer weise gegeben es gibt dabei eine allerdings eine ganze menge geschäftemacher denen vermutlich nicht so sehr die sicherheit im vordergrund steht sondern die schlicht und einfach geld verdienen mit wollen mit uns das wollen wir aber nicht und damit wir solchen geschäftemacher nicht auf den leim gehen gibt es einige wichtige punkte zu besprechen in diesem fall werde ich diese punkte mit euch direkt am bildschirm durchgehen denn es ist mir sehr sehr wichtig dass ihr dabei nichts verpasst und dass ihr möglicherweise dann an der stelle im video auch noch mal nachschlagen könnt wie so eine art checkliste die es zu überprüfen gilt wenn man über so ein angebot nachdenkt also bitte schaut mit mir direkt auf meinen bildschirm und geht die für mich persönlich wichtigsten punkte mit mir gemeinsam durch schaut mal bitte so hier also meine checkliste erstens der sitz des anbieters sitzt der anbieter im ausland dann kann das natürlich zahlreiche gründe dafür geben man muss aber sagen der gerichtsstand ist dann in aller regel auch nicht dort in deutschland wenn das gold sicher gelagert wird ihr könnt aber nie wieder darauf zugreifen das gold ist weg dann habt ihr herzlich wenig davon gehabt sollte der anbieter einen guten ruf haben dann ist das möglicherweise eine alternative kommen wir gleich noch drauf aber bitte genau vorher recherchieren aus meiner sicht ist es doch noch am besten wenn der sitz in deutschland ist und der anbieter dann die option einem bietet das gold woanders zu lagen zu lagern also beispielsweise in freilagern ohne zu zoll kommen wir zu der frage wo lagert mein sohn gold am besten wenn wir über normale oder kleinere vermögen sprechen dann ist so eine verteilung in der welt eventuell etwas aufwendig wer aber über größere vermögen verfügt der kann darüber nachdenken sein gold an verschiedenen standorten zu lagern beispielsweise in der schweiz singapur oder hongkong auslieferoptionen wichtig ist dass eine option zur physischen auslieferung besteht hierbei sollten vorher die kosten erfragt werden also ihr könnt beispielsweise ja auch das ist kein sparplan nur ein hinweis ihr könnt euch auch bei xetragold diesen bekannten etf welche an der börse gehandelt wird auch der ist meines wissens bietet die möglichkeit der physischen auslieferung oder irre ich mich hat sich da was geändert zumindest war es früher so also achtet darauf dass ihr euch das gold auch tatsächlich physisch ausliefern lassen könnt und dass ihr selber darauf achtet und möglicherweise auch entscheiden könnt welche stückelung ihr haben möchte wenn nämlich ein anbieter 100 gramm ausliefert und er liefert 100 mal ein gramm aus dann ist der aufschlag bzw der abschlag auf den goldpreis und damit das was ihr weniger bekommt der ist dann extrem groß je kleiner die stückelung desto teurer ist gold zu kaufen also ganz wichtig immer auf die stückelung achten viertens der goldreferenzpreis der anbieter sollte transparent offenlegen zu welchem preis gekauft wird also etwa london fixing am nachmittag wenn nämlich der anbieter davon ausgeht dass ihr das gar nicht checkt und er nimmt sich irgendeinen preis ja der wird euch das wenn gold bei 1300 ist nicht für 1500 verkaufen aber ich drücke es mal etwas vorsichtig aus wenn bei jedem kunden auch nur ein oder zwei prozent der preis schlechter gestellt wird mit irgendwelchen fantasie argumenten dann verdient so ein anbieter natürlich richtig gut also schaut euch den marktpreis an und schaut wie die abwicklung und die ausübung aussieht fünftens kaufstückelung ganz wichtig habe ich eben noch mal schon gesagt ob ihr einen großen barren erwerbt oder ob ihr immer nur ein gramm stücke erwerbt das ist ein riesen riesen unterschied es gibt sogar anbieter die noch kleinere stückelung anbieten und dann riesige aufschläge darauf das macht einfach keinen sinn schaut euch an wo gold handelt eine kleine aufschlag für eine kleine stückelung ist normal aber das darf nicht in den bereich der fantasie gehen dann sechstens das sollte auch fett gedruckt sein agbs prüfen ja hier müssen die anbieter in der regel alles auflisten das heißt also nicht dass jemand der seine agbs anzeigt gleichzeitig ein gutes angebot macht wer aber dinge umsetzt die in den agbs nicht beschrieben sind der begeht eine strafbare handlung also schaut euch die agbs ganz genau an siebtens persönlicher kontakt filialen und so weiter wenn das unternehmen einige filialen unterhält und mein sein gold dort abholen kann oder hinbringen kann dann ist das natürlich aus meiner sicht zumindest eine ein angenehmerer umgang ein angenehmerer kontakt als wenn es sich um ein reines online unternehmen handelt ohne gesicht mit sitz auf den caymans möglicherweise noch mit dem gerichtsstand cayman islands dann habt ihr nämlich gar keine chance im fall von rechtsstreitigkeiten also schaut euch den anbieter ganz genau an wie seriös ist er das internet das internet wie meine großmutter zu sagen pflegte das vergisst ja nichts schaut euch die bewertungen an taucht der anbieter vielleicht in irgendeinem graumarkt bericht auf dann dann lieber jemand anders nehmen so achtens laufzeit der plan sollte möglichst flexibel sein viele anbieter haben eine mindest laufzeit von sechs bis zwölf monaten und danach eine schnelle kündbarkeit das ist wichtig damit man nicht über jahre in einem produkt bleiben muss also eine laufzeit von mehreren jahren das ist überhaupt keine flexibilität und das macht keinen spaß das ist nicht seriös neuntens sonstige kosten achtet auf die nebenkosten zum beispiel für depotführung lagerung post versand und so weiter hier wird gerne extra geld verdient zehntens ist hier ein bisschen eingerückt aber ihr seht es alternativen wie kann ich denn noch in einen gold sparplan einsparen ihr könnt jeden monat den gewünschten betrag in einen physisch gedeckten etf investieren wie beispielsweise xetragold habe ich schon gesagt dann entfallen die kosten für die anbieter und einige discountbroker haben deutlich reduzierte ordergebühren haben also einen sparplan der dann günstiger ist für euch wie gesagt das ist nicht das gleiche wie physisches gold denn bei diesem etf könnt ihr euch das gold zwar physisch liefern lassen aber ich weiß es ist nicht das gleiche ja ich möchte es wollte es nur als alternative hiermit aufführen für jemanden der sagt xetragold das ist in ordnung für mich kein hundertprozentiger ersatz für physisches gold ich weiß dass das in den kommentaren stehen wird und ja ihr habt recht xetragold ist nicht das gleiche wie physisches gold welches ich in den händen halte mit einem sparplan ist es aber dennoch vergleichbar denn da halte ich das physische gold eben auch nicht immer in den händen deswegen habe ich es als alternative hier genannt mein fazit zu der ganzen geschichte so ein goldsparplan ist grundsätzlich eine gute idee denn das heißt ihr kauft so einen goldsparplan natürlich oder einen einen rohstoff wie gold diese anlageklasse ihr kauft die mit einem gewissen durchschnittskosten effekt das bedeutet der timing faktor fällt weg weil ihr eben regelmäßig kauft das heißt also wenn gold tief steht kauft ihr mehr anteile wenn gold höher steht dann kauft ihr weniger anteile finde ich gar nicht schlecht aber die meisten goldsparpläne sind einfach zu teuer also wenn ihr das gerne möchtet dann macht euch doch einen eigenen goldsparplan kauft vielleicht quartalsweise gold wenn die der betrag nicht ausreicht dann sammelt lieber kauft dann alle sechs monate oder auch nur einmal im jahr mit zwei oder 300 euro zu kaufen macht keinen sinn diese kleine stückelung wieder und wieder zu kaufen das wird zu teuer so zu barren und münzen haben wir da nicht auch ein video gemacht genau schaut euch mal an zu gold und silber habe ich ja schon einige videos gemacht so ihr seht also es gibt einige wirklich wichtige punkte über die ihr vorher nachdenken müsst und die ihr auch ganz aktiv prüfen müsst und lasst mich noch eines hinzufügen ich möchte ganz klar feststellen wie immer wenn wir hier im kanal unterwegs sind ich bin nicht die verbraucherberatung euer anliegen ist mir natürlich ein ganz hohes gut und ich versuche aufzuklären ich versuche dinge zu erklären ich versuche auch vor dingen zu warnen es bleibt aber alles meine ganz persönliche meinung das mal vorweg und deswegen möchte ich einen punkt noch hinzufügen ich habe einige goldsparpläne insbesondere einen für den ich verschiedene arten von werbung gesehen hat ich werde den namen hier nicht sein ich habe keine juristische abteilung im hintergrund die mich notfalls gegen die damen und herren vertritt aber in diesem goldsparplan von diesem anbieter geht es um eine garantierte rendite innerhalb eines bestimmten zeitraums und meine persönliche meinung dazu ist eine garantierte rendite bei einem goldsparplan ist absoluter bullshit jetzt weiß ich gar nicht ob youtube dieses wort erlaubt aber kompletter unsinn garantierte rendite in einem goldsparplan riesengroßer mist meine persönliche meinung so jetzt wisst ihr es bitte schaut auf diese punkte achtet darauf wenn ihr so ein angebot annehmt und denkt daran es ist ein langweiliger spruch aber der gedanke oder der der grundsatz im einkauf liegt der gewinn der gilt auch im goldmarkt wenn ihr in zu kleinen stückelungen unterwegs seid dann wird es immer teuer selbst wenn gold langfristig sich ganz hervorragend entwickeln wird oder würde ich gehe allerdings davon aus dass gold über kurz oder lang in eine neue hosse übergeht dann ist es natürlich für euch dennoch nachteilig wenn ihr mit zu kleinen stückelungen unterwegs seid dann lieber sammeln ganz wichtig so das war es für heute zum goldsparplan wenn ihr dazu eine meinung habt wenn ihr erfahrungen gemacht habt wenn ihr die absicht habt so etwas zu tun dann schreibt das sehr gerne in die kommentarfunktion dann werde ich nach meinem urlaub denn ich glaube jetzt zu diesem zeitpunkt sitze ich gerade irgendwo auf einer berghütte sehr gerne darauf eingehen vielleicht helfen euch auch andere mitglieder der community die bereits erfahrungen in diesem bereich gemacht haben das war es für heute ich wünsche euch noch einen schönen abend macht's gut bis dann